Der Lebenszyklus des Frosches. Frösche legen Eier. Die Eier nennt man Laich. Aus dem Laich schlüpfen Kaulquappen. Der Kaulquappe wachsen Hinterbeine. Danach die Vorderbeine. Das nennt man Metamorphose. Langsam entwickelt sich ein Frosch. Zwei Frösche fahren sich. Und alles beginnt von vorn. damit es ein Sch timely zu verletzieren ist. Hurre die Energiewende